ACHER MIG-JU-D-L-L-Y-E-N-L-Y-E-N-L-Y-E-N-L-Y-N-L-Y-E-N-L-Y-E-N-L-Y-E-N! Mitte, auf den Berg, nach links und zur Not in den Süden. So, und da drüben fährt ein IS Richtung Wasser. Nach da unten kam er so ein bisschen lang. Aber wird erst mal gleich begrüßt. So, was haben wir hier? Hm, den wollte ich eigentlich in die Wanne schießen, aber der war ein bisschen hoch. Keine Ahnung, ob das getroffen hat. Oder eine Hellcat. Kommen wir da ran? Ja, sieht gut aus. Ja, jetzt wird er sich doch gleich zurückziehen, oder? Nein, der schluckt lieber. Hat wohl keinen Bock gehabt auf die Runde. So, kommen wir hier irgendwo ran? Tiger 2 Nö. Gut, die Masse fährt auf den Berg, das sieht schon mal gut aus. Der A20 da unten. Na, den können wir erstmal ignorieren. Ach, ist auch schon tot. So, der Pershing da oben war, dass der nicht angeschossen hat. Der da, den willkommen wird auch ins... Ja. Ja, durch die Kette in die Wanne. Na, macht noch jemand platt. Ja, und in den Turm rein. Yeah, ganze 21 Schaden. Na, super. Der IS-3 hat sich mittlerweile F7 durchgemogelt auf die andere Auffahrt. Wie sieht's hier am Berg aus, solange der da unten rumfährt und beschäftigt ist, drehe ich mich da nicht großartig hin. Oh, der hier sieht gut aus. Sieht man zwar nur ein bisschen... Ach, hei. Aber ich hab zumindest getroffen, aber das war ja natürlich jetzt ja echt, ja. Oh, ich leuchte. Wie denn das? Hm. Wie denn das? Na gut, solange keiner hierher schießt, ist es nicht so wild. Ach, hier unten ist er doch schon so weit oben. Okay. Ja, du Lulatsch da. Du wolltest mich ja belästigen. Das geht immer gar nicht. Macht denn da nichts da vorne. Und gleich sterben, so wie es aussieht. Oh, hier, Jagdpanzer hier. Da kommen wir doch auch nicht dran. Na ja, also muss ich auf der Seite ja schon ein bisschen erhöhte Stelle suchen. Wenn man sich jetzt hier in so eine Senke reinsetzt, dann ist gleich Schluss und man kann gar nichts erkennen. So, IS-3. Du hast ernsthaft versucht, auf mich zu ziehen und mich zu beschädigen. Das hast du jetzt davon. Und wir ziehen uns wieder mal klassisch zurück in die kleine Senke und da kann uns keiner was tun. Perfekt. Aber die haben wir ja nicht. Wie gesagt. So, hier oben. Alles still. Ne, sehr mal nix. Ist ja auch alles schwarz hier durch die ganzen Bäume. Und Schattierungen. Aber macht ja nix. Die rote Umrandung reicht ja. Und den Rest muss man sich denken. So, Jagdpanzer 4. Kommst du hier nochmal raus? Der Tiger 2 da drüben. Der kommt immer näher. Na, vielleicht sind da die Hütten nicht mehr im Weg. Oh, auch wieder alles schwarz. Aber wunderbar, der Turm. Ja. Und ich leuchte nicht. Okay. Also ist der Jagdpanzer 4 irgendwo in Deckung. Na, kommen wir da ran. Na, er bleibt stehen und er stirbt. Schade. Hm. Dafür kriegen wir den hier. Wow, tier 6 XP. Heißt, er war. Dicken Schaden reingehauen, aber bringt ja nicht wirklich was. So, was macht der Süden? J5 da unten. Die halten ganz gut durch. Ich werde mal ein bisschen die Position wechseln. Auf den anderen Berg. Ich bin hier als TD schon ziemlich nah dran. Aber solange man da noch ein bisschen im Hintergrund bleibt, geht das. So, die da oben haben alle nicht mehr viel Leben. Und ich komme hier auch nirgendwo direkt dran. So, ich denke mal, hier durfte mich fast schon die Happys auch mit aufklären, so nah wie ich hier bin. Aber das werden wir gleich sehen. Oh, der hat noch 1500 Leben. Der andere T-34 auch. Mal gucken, ob die da sind kriegen. Ich werde den Teufel tun und da hochfahren. Sorry, drüben scheint aber alles ruhig zu sein, ne? Irgendwie nichts los. Mich beobachtet hier auch keiner. Also wo ist denn hier der AMX? Oder was das sein soll? Ja, AMX. B5 war die letzte Position, was ich gerade auf der Karte noch gesehen habe, bevor es ausgeblendet war. Ah, da unten ist er jetzt. K4. Gut, ein T-26 hat den anderen irgendwie gekillt da unten. Hm, also die Dicken hängen alle hier oben. Und wir haben einen T-29 noch übrig, oder was? Und ein AFK-Scout, oder was? Ah, nee, das. Der ist offline. Ach gut. Dann darf er AFK sein. Hm, tricky. Den kriegen wir irgendwie nicht. Ist mir zu riskant. Den da vielleicht die Kommando-Luke. Oh, der hat schön gesessen. Ja, T-29, jetzt zeig mal hier mit deinem Tome, was du drauf hast. Oh man, der verrickt mir da hier. Aber der steht da scheinbar ganz günstig. Die kriegen den noch nicht platt. Hm, in die Mitte. Oh, das war aber bestimmt die Wanne. Ja, aber gut, vielleicht klappt es wir im zweiten Mal. Was macht denn der da? Er versucht irgendwas. Oh nein, sie haben Verbündeten angeschossen. Wie hab ich denn das gemacht? Oder alles rot. Naja. Ich habe ihm scheinbar nichts kaputt gemacht. Vielleicht die Kette oder so. Das hat diesmal geklappt. Na, der da oben hat immer noch 1500. Hm, A-MX-12 guckt bei dem Tiger da unten rum. Na, ich denke mal, der Tiger sollte das hinkriegen. So, jetzt haben wir die 1500 Leben da noch. Das sind hier 8. Aber der T-29 kann mit seinem Turm ein bisschen gegenhalten. Und wenn der dann blöd zielt, dann, ja. Warum fahren die denn noch nicht gleichzeitig? Oh, jetzt kommen sie. Oh, in den... Ja. In den Kopf. Ich bin immer noch nicht aufgeklärt hier. Das ist cool. Na, komm, stopp. Oh, gefährlich. Ich will nicht schon wieder hier ein Teamkill machen. Na, nehmen wir erstmal den. Der ist sicherer. Oh, verdammt, der T-29 ist ein Tod. Jetzt muss ich vorfahren und hier aufklären. Na, klasse. Tiger kommt in meine Richtung. Zwei gegen zwei. Da, jetzt bin ich schon mega nah dran. Oh Gott. Autsch. Aber jetzt muss er sich durch den Schuss verraten. Naja, ich habe ja noch genug Leben, da kann ich sowas riskieren. So, Schwachstelle. Oh. Zeigt sie mir sogar. Er versteckt sich komplett. Supergeil. Aber genau das. Hat er mir gezeigt, schön. Da komme ich leider nicht ran. Naja, vielleicht halte ich einen Schuss noch aus. Ich denke mal schon. Wenn ich nicht gerade hier brenne. So. Ich denke mal nicht, dass der jetzt hier vorkommt. Mit seine paar Leben. Hm. Na, traut er sich? Tiger ist relativ nah. Der könnte eigentlich vorfahren. Na, ach da unten ist er. Ja, 800 Leben. Einen Schuss hält er raus. Und vielleicht schießt der T-34. Ja, und dann können wir ihn wegbauen. Oder der ist schon ganz woanders hingefahren. Da ist er. Was habe ich denn da getroffen? Irgendwo die Seite. Schön, schön. Alles klärchen. Ja. Viel XP gab das ja nicht für dreifach. Aber das hat man ja gerade gesehen hier. Hellcat Jagdpanzer. Die bringen da nicht so viel XP. Gut, aber reicht ja trotzdem. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.